So hallo und willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. Mein Name ist Feier Eiswurf 1989 und ich spiele für euch Crysis 2. Weil ich muss da einfach mal so ein bisschen erzählen über das Spiel. Ich finde das Spiel ist ja behagend von der Grafik her. Sieht ihr ja selbst. Schön detailliert alles. Der Himmel sogar. Naja, kann man sagen. Zwar so glänzt sogar auch. Das finde ich übezauber. Die Gegend sind manchmal auch ein bisschen blöder. Außen sind da eigentlich ganz gut in Ordnung. Hat nie geregnet. Da war ja eh noch. Naja, hat 3 mal ein Nockel gespielt und feier am Wort bei denen. Bestimmt Angst in der Hose gehabt. So, mal gucken. Vorhin hat doch ihr Enner auf mich geschossen. Na, da bist du doch. Ah, dich ist auch erledigt. So, lass mal Ruhe. Das ist schon mal Ruhe. Komm eine Inde, Alter. Kannst du nicht ganz nach Hause gucken. Kannst du schon mal gehen? Andere Mal rein. Auf den Lagerkampfattacken sind gut gemacht, aber wie gesagt, der Tarn-Modus wie der Vollrüstungs-Modus Der maximale Panzerungs-Modus ist auch geil. Die Waffen finde ich auch sehr toll. So, da ist ja eine Kuschel. So, schön durchschnittet den Kunden. So, jetzt gehen wir uns erstmal nicht weiter auf den Sack. Dann gehen wir mal, müssen wir da hoch. Ne, wirklich mal nicht. Oh, nein, 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 nein. Schön ruhig, ja, ja. Macht der Arbeit gut. Aber ich bin auch Ablöser. Das Leben. Muha. 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 Guck's dir an. Du sitzt bisschen in der Ecke. Genau, zwischen deiner Augen. Okay, ich schieße dir in den Kopf und lass das nichts. Nein, nein, nein. Das geht noch lustig zu werden, Kollege. Schon mal geguckt, Chief? Ja, die fährt noch immer auf. Wie sehen. K.O. Schlafmänner. Ich weiß nicht mehr. Sieht das so aus, wir sollten ja mal zuhören. So, gegen eins wird alles im Ausgestalter. Da, 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 da. Ich finde das ist niedlich, wie die da hocken. Wie wird's ja sehen, auf Rambo-Style und so. Was cool gemacht. Weißt du, was ich mache mit meinem Freund? Na ja, ja. Wie wär's? Nur in der Kistenschupp. Prima. Ballerina. Schönes Baguette. An die Pappkartons. Jutz, dreimal hab ich davon. Das Einzel. Ja, lass mal so. Ist eigentlich voll alles in Ordnung. Scheiss. Na hallo. Wie gehst du? Ich hab's halt so großartig an. So. 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 das hat es doch weil uns nachgeladen das finde ich auch schön gemacht also die Waffen jetzt der Erdung schulden also das Reflex richtig ja Reflex war das ja ja das war Reflex gewesen wie gesagt so das war Tarn Modus Gucchi 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 Simo Service ja Schöne sehen ist deutscher Schick das ist klar Kuckuck werden ja diese Zimmer Service nein die melden sich heute mal nicht ja kommt wieder aus ja Wasser Wasser nicht sogar jeden durch Wasser 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 Jungs Na los schon da auch wieder Schmudefängchen an die Kopf das war doch alles das ist doch nicht so sonst alles hier so ja machen wir mal kaputt ach ja sind noch munition na hallo so und das war schon schützen was das hat ist eigentlich schon so 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 ja so Ja, ja, das ist ein Schuss. Hm. Na? Hello? Ja, Jungs, wird man ein, wenn er spielen bleibt. Was ist denn da, was spielst du schon, bro? Alter, der blöde. Oh, der macht euch ab. Warum schaut ihr mich an? Ich bin... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020